ja der leute mal herzlich kommen jetzt ein abend der aufnahme von rock leech zusammen der riech und ich bin drei in drei und gary er hatte die aufgabe der server leck als ich erkannte das aber leckte der ich habe überlegt schuldig aber mann ich kann mich leider nicht alleine gegen alle durchsetzen wer zwar schön aber klappt nicht immer der war ja ich habe ihn aufs Tor bekommen ja ja ich habe ihn wieder getroffen aber toll ich wurde weggerannt alle drei gehen auf den Ball los das war so verlockt ich dachte du wirst hier sind jetzt mal aufs Tor zu schießen sehr schön komm Alter ich häng an der Wand wir kommen wieder so knapp wurde wieder weggekickt bin im Tor ja boos reicht nicht also ganz geklappt hat leider der Gary Jump nicht auch läuft ich bin fast am Dach im Tor genallen aber nur fast ok das wird schöner du machst es wahrscheinlich nicht mit der Frontrolle sondern du machst es mit der seitlichen Rolle oder das ins Tor reinspringen äh nachdem wie es glaubt kommt also mit dem Drift machst du das mit dem Drift oder die Rolle äh ne also schon normalerweise im Optimalfall schon mit ner äh Rolle nach vorne also mit ner Ausweichrolle nach vorne okay Also warst du schon nach vorne drücken und die gesprungt hast du halt. Oh no, sorry. Sehr schön. Aber ich feile. Ich geh drauf. Oh, sorry. Der wär schön gekommen. Ich bin im Fall. Ja. Okay, keiner geht hin. Doch, ich war direkt hinter dir. Achso, ne ne, aber vom Gegner irgendwie. Haben mich jetzt etwas verwundert. Warum zur Hölle war das vom Gegner jetzt ne Glanzparade? Oh, sorry. Oh, sehr schön. Oh, mein Gott. Ja, einfach mal hochspielen. Sehr schön. Sehr schön, direkt. Nein. Ich muss hier wieder alles regeln. Das wird hier schon wieder ein Skillspiel von uns allen. Oh, yes. Diesmal habe ich ihn sehr elegant ausgeführt. Gerry. Also ohne Mist. Diesmal. Diesmal mit absolute Bravour. Hast du gesehen, das war... Ja. Das war schon sehr nah dran, ne? Come on, der ist der Mitte. Yes. Ich habe der Mitte getroffen. Meine Mittelallergie hat nicht zugeschlagen. Oh, oh. Oh, shit. Ich hatte keinen Doppelsprung. Oh, scheiße. Kein Doppelsprung und einfach rüber. Das war jetzt schon ein bisschen sehr bad. Wie ihr einfach den Beiser durch beide vorbeihüpfen lasst. Das ist gemütlich. Ich dachte, der schießt. Das dachte ich eigentlich auch. Auf den Schub war ich dich vorbereitet. Ja. Mach ich. Keine Zeige. Ich würde jetzt wieder gerne klauen hier, ne? Ja, ich habe gesehen, dass du es probiert hast. Aber ich habe hier mal wieder eine schöne Solo-Nummer draus gezogen. Ah, ich bleibe mal im Kasten. Oh, interessant. Boah. Ich. Es war weiter. Schöne Vorlage. Guck mal, ich habe mich doch viel besser getroffen. Ja. Jo, ist klar. Ich musste halt auch aus dem Tor starten. Ich hatte keinen Vorteil, so irgendwo in der Mitte zu stehen. Ist klar. Ja, alles klar. Beide. Oh, schade. Grüß. Ähm. Oh mein Gott. Hier kommt noch einer. Ich habe mich durchgesetzt. Ey, du, ne? Oh. Oh. Jetzt, jetzt mach es aber bitte auch. Zufrieden? Ja, zufrieden. Ach nein, ich bin wieder auf den Rädern gelandet. Das musste sein. Ich musste ihn einfach wegkaufen. Vor allem, du hättest daneben geschossen, wenn der Gegner nicht mit reingesprungen. Das habe ich mit einberechnet. Das habe ich mit einberechnet. Jetzt fährt einfach keiner mehr. Ich denke es ist nicht so YOLO. Ja, ja. Ja. Bei der 5-1. Der eine legt sich aufs Dach. Okay. Oh, schade. Oh, schade. Ich hab's noch. Der geht rein, der geht rein. Ach komm. Boah. Ja. Ich war noch fast dran. Da bin ich fast rausgekickt. Ist das bitter. Wenn er gegen den Typen, der am Dach liegt. Ja, 10. Ja, ey. Ist doch echt ein Witz. Ist doch echt ein Witz. Ja, die erste Runde gewonnen hier in der Aufnahme. Schaut euch das an. Der beste Spieler am Ranking bekommt 8. Der letzte Spieler am Ranking bekommt 8. Und Gary bekommt 10 Punkte. Ja. So schaut's aus. Aber guck mal, er ist gar nicht so schlecht dafür, dass er nur einen schon hat. Aber auch zwei Vorlagen. Ja. Oh, Mome. Oh. Alles Profis. Und ich hab keinen Doppelspurm. Hä? Oh, ich muss mal angucken, auch im Dreier zu schauen, ob der Gegner überhaupt fährt. Okay. Oh. Alter, so ein Wichser. Okay. Nein. Okay. So ein Wichser, ey. Er hat gesehen, okay, er verpasst den Ball und dann ist er einfach mit Vollstoff auf mich gefahren. Oh, ey. Oh Mann. Was mach ich? Oh mein Gott. Ist nicht dein Ernst, oder? Was mach ich! Au ach. Wir können das noch vergessen. Kannst du was raussteigen? Nein, 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 nein. da wenn man das bekommen damit werden das weiter war ein paar Stunden das wurde wird auch noch auf aber die Dichte bei der Gürtel aber nicht so schön wie ich dachte Das war eigentlich ne tolle Vorlage. Ja nur war sie zu schnell um in der Zeit hochzusteigen. Oh! Oh mein Gott. Das ist... naja. Oh, wieder kein Doppelsprung. Doch du hast einen Doppelsprung gemacht. Aber nicht so wie ich wollte. Ja weil du senkrecht nach oben gesprungen wirst. Tu das halt nicht. Dann sagt mein Controller er soll wieder funktionieren. So jetzt. Ja ich spiel noch nicht hoch. Ich hab ihn direkt vor das Tor gespielt. Doch komm. Boah wo kommt der jetzt her? Boah. Ich glaub die machen uns fertig. Irgendwie schon. Nachdem wir zweimal total eigenverschuldete Dinger kassiert haben. Und einziger mit einem Tor. Ja warum schießt du auch auf das Tor? Ähhh. Wat? Das war's eindeutig. Ja ich glaub auch. Ich glaub ich muss das gameplay genau jetzt nach rein fügen. Ich glaub ich muss das gameplay genau jetzt nach rein fügen. Ich glaub ich im MMR höhere Ranker wie du. Weil ich die Skill-Belette hätte. Ja und was war mit dem? Ja der war ja nicht Skill weil. Der war ja geschenkt. Schau dir das an den das nicht hier. Ich mein den wie ich den vom Tor weggeholt hab. Da so. Ja das war ja los. Achso. Aber so ein langsames Ball in der Luft das ist. Dafür braucht man Skill. Ja dafür braucht man ein eindeutig Skill. Ich glaub ich muss das R versuch dich zu erstatten. Das war ja das. 10 das? Ne, das war ja nicht. Oh ja. Oh ja. Schau mal das war noch die geilste Vorlage ever. Sogar für Rückwärtslektoren. Ja. Oh ja. das war eine Vorlage die hab ich vorher besser gehabt ne das war eine Vorlage ich hatte eine Vorlage dafür bekommen und du den Rückwärtsgang zu Hause beschwere dich nicht die können wir noch holen die können wir noch holen sooo komm schon ich hab die Mittelkrankheit besiegt Thanks for pushing Can I fuck your mother right now? Hahahaha Hey assholes Hi Was ist das für mich? Ich glaub der ranged grad ein bisschen Oh so gut Oh yes man Oh yes man Der gute Schuss war übrigens von vorhin wo das ein Tor gemacht ist Ja ja ich weiß Aber ich wollte mich bedanken für die Vorlage Und das Eigentor war übrigens immer noch nicht ich Ja Ja ich bin mir da ziemlich sicher Habe ich das falsche Erinnerung Ich komm nicht mehr weg von der Wand Oh hässlich Oh Nein Oh my god Oh my god Geh drüber Geh drüber Oh bin zerstört Oh my god Ich versuch mein bestes Ich war sogar ein Tor schuss und ein Mittelfeld pass und ein Fallrückzieher okay? Wenn das nicht mehr mein bestes war What? Wenn der jetzt noch einen rein bekommen hat Schieß die Ball nur einfach weg Einfach auf dem Boot Ich habe mich nur vor dem Ball gestellt damit die nicht schießen können Jaaaa Jaaaa Oh der ist Oh Ich habe den Block Du hast weggehauen Oh Hups Oh der kommt scheiße Oh come on Ich weiß nicht ob ich auch rangekommen wäre es wäre ziemlich knapp gewesen Ich wurde weggerammt Das war noch Alter die Anspannung grad schon wieder das ist so krank Das ist das zweite Spiel oder? Ja Jo Nein Komm mach ihn rein Oh der kommt Oh my god So nice Sorry dass ich ihn sehr gestohlen habe Was schon Besser wie wenn auch einer von denen rankommt Da werkt Da werkt Da werkt Da werkt Da werkt Da werkt Oh nice Oh nice Du bekommst dann meist Ranking Punkte weißt du Ich habe wieder 10 Ja klar Ich auch 11 Oh oh Es gleicht sich langsam an dir Ja es gleicht sich echt an Okay Leute dann würde ich sagen haben wir hier direkt zwei Runden gewonnen Das war die erste Folge von 3 gegen 3 zusammen mit Gary und Jak Und wir sehen uns in einer weiteren Folge bis dahin servus und ciao Ciao Tschö Tja 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 Tja